... um den Storff ... ich schau zum Serser ... kommt die Schwope, zum Extremfall ... geblendet durch der Werbung ... das Kroms alle das beste wär ... jub tritt vom Habe ... kommt in Lauterbach ... dank ans Kabinet ... fast alle Krisen ... jetzt sind drauf gemacht ... alle Hux ... Kanzounge sitzt nicht der Unterschied ... Deutschland kommt auf ... immer was ist dann nicht derifique ... ganz fast ... so warm ... diese alle Blüten ... mit dem Filmen ... das ganze Fantastik ... jetzt geht's ... das neue I-Versicht ... stücke ich dafür ... dass die meisten Menschen Ja, liebe Leute, wir gehen wieder für bezahlbare Mieten auf die Straße. Wir gehen für ein bezahlbares Leben auf die Straße. Und hoffen, dass sich uns irgendwann mal ganz, ganz viele anschließen. Denn ihr werdet es alle merken. Ihr werdet alle Menschen aus Kiel, wer schon rechtzeitig erkannt hat, was in diesem Staat falsch läuft. Der schon rechtzeitig erkannt hat, dass man das dagegen machen muss. Und uns immer in Einsachen unterstützt hat. Ein Danke für, danke. Und jetzt geht's wieder los. Aber es ist nicht ein weitermachen, wenn die Menschen sich langsam mal aufmachen. Die Bauern haben angefangen. Die haben angefangen, sind auf die Straße gegangen. Und es wird Zeit, dass die anderen mitkommen. Dass die Bürger mitkommen, dass die Unternehmer mitkommen, dass die Handwerker mitkommen. Die haben sich jetzt auch schon geschnasselt. Die sind auch dabei. Unternehmer auch. Vorwürfskriebe. Alle dabei. Wo seid ihr? Dann sag ich an dieser Stelle einfach mal Hallo Kiel. Hallo Kiel. Schön, dass ihr alle hier seid. Und schön, wenn ihr zuhört. Heute, heute am 13.01.2024 sind tausende von Bauern, Handwerkern, Unternehmern aus kleinen und mittleren, mittelständischen Unternehmen auf dem Flughafen Hungriger Wolf, um zu protestieren. Sie kommen aus ganz Schleswig-Holstein, zum Teil auch weiter her. Gestern war hier in Kiel die Bauern-Demo, die hat, glaube ich, jeder mitgekriegt vom Bauernverband. Und schon am 8.01. haben wir für den Kieler Gelbwesten eine Demo gemacht mit Handwerkern, Unternehmern und den Bauern. Es sind große Tage, weil sich die Menschen zusammenschließen, weil endlich mal sich Einigkeit ergibt und alle sind sich einig, das Leben in Deutschland wird einfach zu teuer. Das wollen wir so nicht. Es sind Menschen hier, die hier stehen bleiben, die etwas begriffen haben, die auch begriffen haben, dass wir alle gemeinsam zusammen etwas bewirken können und anders nicht. Das Agrardiesel-Dilemma und die Kfz-Steuer auf landwirtschaftliche Fahrzeuge und Anhänger ist nur ein kleiner Teil einer mittlerweile schier endlosen Forderungsliste. Tatsache ist, die heimische Landwirtschaft ist das Rückgrat unserer Gesellschaft und das Rückgrat unserer Versorgung. Ohne unsere Bauern gibt es kein Brot und ohne unsere Bauern gibt es nicht mal Bier. Und ist der Bauer ruiniert, dann wird das Essen importiert und wir wissen alle, im Ausland haben die weit geringere Standards als wir hier. Da müssen wir hochbelastete Nahrungsmittel kaufen und Fleisch von Tieren, die künstlich mit Steroiden hochgezüchtet wurden. Und auch das wollen wir nicht. Und man glaubt kaum, was im Ausland für Pestizide ausgebracht wird. Da kriegt auch noch DDT auf die Felder, was bei uns schon seit Jahrzehnten verboten ist. Das gibt kein Bier ohne Bauern? Unglaublich! Tatsache ist auch, dass die mittelständischen Unternehmen in Deutschland der größte Arbeitgeber sind, den wir haben. Eigentlich müsste ich sagen, es war der größte Arbeitgeber, denn aktuell gehen immer mehr kleine und mittlere Unternehmen in die Pleite. Und die großen wandern ab ins Ausland. Tatsache ist auch, dass die Preissteigerungen aktuell schon ein nahezu unerträgliches Ausmaß angenommen haben. Bereits jetzt müssen viele Mitbürger ihren Gürtel deutlich enger schneiden. Viele handwerkschaftliche Betriebe sind heute oder waren mit am Start und sind heute auch auf dem Flughafen Hungriger Wolf am Start, weil ihre Auftragsbücher von Tag zu Tag leerer werden, die Kosten, die sie tragen müssen, von Tag zu Tag höher. Ja, stimmt, ich habe heute mit einem Wirtschaftswissenschaftler gesprochen gerade, der erzählte mir, die Bundesregierung rechnet mit einer Preissteigerung in den nächsten Monaten von 25 Prozent aufgrund der Mauterhöhung und so weiter und so fort. Er meint allerdings, das ist glatt gelogen, weil wir werden noch weiterhin eine Preissteigerung im Gegensatz zu End-Corona, wo die Preise schon definitiv höher waren als bisher, eine Preissteigerung von nochmal 100 Prozent haben. Darüber muss man mal nachdenken. Ich weiß nicht, wer sich das noch leisten kann, aber so wird es weitergehen. Nicht vergessen darf man dabei auch, dass die großen Ketten wie Lidl und Aldi, die haben Langzeitverträge auf die Preise. Das heißt, da schlägt es nicht so schnell durch wie bei den kleineren Geschäften. Die werden als erstes ihre Türen schließen müssen. Wenn es bei den Großen ankommt, dann ist Kacke am Dampfen, weil dann haben wir die Kleinen schon lange nicht mehr und die Preissteigerung ist bei jedem da. Wir leben nicht mehr in einer Zeit, in der wir es uns leisten können, auf dem Sofa zu sitzen und zu hoffen, dass der Kelch an uns vorüber geht. Diese Zeit ist vorbei. Definitiv ist die vorbei. Wir leben in einer Zeit, in der es immer deutlicher wird, dass die aktuelle Politik unser Land einfach nur noch kaputt macht. Wir leben in einer Zeit, in der uns alles genommen wird, was unser Land in der Vergangenheit ausgemacht hat. Wir brauchen auch in einer Zeit, in der solche Leute wie hier ganz viel Scheiße da waren. Wir brauchen nur Leute, die denken. Das ist alles, ja. Wenn wir das weiterhin zulassen, werden wir Lebensmittel serviert bekommen, die unseren bisherigen Standards nicht genügen. Werden wir keine Handwerker mehr vor Ort haben, die zeitnah für uns tätig werden können. Wir werden auch keine Ärzte mehr vor Ort haben, denn ein hoher Prozentsatz begibt sich im Kürze altersbedingt in den Ruhestand. Wir sind auch jetzt schon nicht mehr das Land der Forschung und Innovation. Beim Wirtschaftswachstum haben wir es unter den G20-Staaten innerhalb kürzester Zeit auf Platz 20 von 20 geschafft. Wir zahlen im EU-Vergleich die höchsten Abgaben auf unser Bruttogehalt und unsere Rentner bekommen im Vergleich mit vielen anderen EU-Staaten deutlich geringere Renten. Aber unser Land mit dieser Regierung hat auch etwas Gutes. Schließlich kümmern wir uns um Unisex-Toiletten in Nigeria. Mit 4,6 Millionen Euro um grüne Kühlschränke in Kolumbien. Mit fast 8,2 Millionen Euro um emissionsarme Reiserzeugung in Thailand. Mit fast 6,2 Millionen Euro um Wohngebäudesanierung in der Mongolei. Mehr als 11 Millionen Euro geben wir in das Programm Klimapolitik in Brasilien. 10 Millionen Euro geben wir für die Klimapolitik nach Thailand. Und hier, was passiert hier? In Moldawien, da unterstützen wir beim Hausausbau und unsere Leute müssen hier selber Geld in die Hand nehmen, ohne Unterstützung vom Staat. Danke. Nicht mal im Ahrtal ist bislang alles wieder aufgebaut. Und viele Leute leiden danach, leben bei Freunden, haben kaputte Häuser, kaputte Grundstücke, kriegen nicht mal eine Genehmigung, da was wieder aufzubauen. Das ist ganz schön übel, da war Geld versprochen worden, das Geld ist da zum Großteil nicht angekommen. Und wenn nicht so viele Bürger mit angefasst hätten, dann sehe es danach genauso aus wie am ersten Tag nach der Flut. Ja, da, Bürokratie mal los ist das. Mehr ist das nicht. Die Leute beantragen und nichts passiert. Die warten teilweise nach den Anträgen über ein Dreivierteljahr auf ihr Geld oder überhaupt auf eine Zusage, wenn sie die überhaupt kriegen. Auf die Zusage, dass es bearbeitet wird. Also die Gesamtliste ist unglaublich lang, was da auch für Gelder ins Ausland gehen. Damit will ich jetzt keinen langweilen. Über viele andere Punkte reden wir ja heute gar nicht. Nicht über WHO, CA Plus, den Pandemievertrag. Nicht über die ideologiegetriebene Frühsexualisierung unserer Kinder. Nicht über die Bedeutung des digitalen Euros der Europäischen Zentralbank und auch über vieles andere nicht. Die Mauterhöhung, der erhöhte CO2-Preis, die Rücknahme der Mehrwertsteuerabsenkung bei Gas und bei Fernwärme sowie auch in der Gastronomie, da war schließlich versprochen worden. Und Kanzler Scholz hat persönlich gesagt, das bleibt bei 7% in der Gastronomie mit der Mehrwertsteuer. Hat er vergessen? Ja stimmt. Wir haben ja einen Dementenkanzler, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Wir sind heute hier, um unsere heimische Landwirtschaft zu unterstützen, um das Handwerk sowie auch unseren größten Arbeitgeber, die kleinen und mittleren Unternehmen zu unterstützen. Und auch wenn es vielen Menschen noch nicht klar ist, was man hier an einigen Aussagen auch deutlich hören kann, nicht nur die Verbraucher brauchen Landwirte, Unternehmen und Handwerken, wir alle brauchen uns gegenseitig. Jeder Mensch, der in dieser Gesellschaft irgendetwas beiträgt, ist wichtig und manch einer, der nichts beitragen kann, aber es gerne würde, ist genauso wichtig. Und genau deshalb stehen wir heute alle gemeinsam auf. Wir sind im Widerstand und wir werden im Widerstand bleiben, so lange, bis sich irgendetwas ändert. Wir hatten noch nie eine Bundesregierung, die die Wähler und die Bürger so dermaßen ignoriert hat und über deren Köpfe hinweg entschieden hat, wie jetzt unsere Hampel-Hampel-Koalition. Und wir wollen auf keinen Fall die Demokratie abschaffen. Wir stehen dahinter, wir stehen auch zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das ist uns wichtig, das liegt uns am Herzen, aber wir möchten eben auch, dass die Werte der Demokratie erhalten bleiben. Dazu gehört Meinungsfreiheit. Ganz, ganz wichtig. Und die wird gerade versucht zu unterdrücken. Wir sind die Kieler Gelbwesten. Wir sind keine Partei, kein Verein, keine Organisation, sondern einfach nur Menschen, wie jeder andere auch, der hier vorbeiläuft. Wir sind in der Lage, auf Augenhöhe miteinander zu reden. Wir haben aufgehört zu spalten und das ist gut so. Ich danke euch fürs Zuhören. Und wer Lust hat und die nächste Großveranstaltung von uns unterstützen möchte, kann gerne was in unseren Spendentopf packen. Schönen Dank und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Und diese nächste Großveranstaltung ist übrigens am 27.01. wieder komplett mit Treckerkorso, mit Unternehmern, mit Bürgern, die es begriffen haben, was hier passiert in Deutschland. Und wir hoffen, dass wir wieder ganz viele werden. Damit diese Ampel, diese Hampelampel, wie gerade eben gesagt wurde, es endlich merkt, dass die Bürger es langsam verstehen, dass wir in Berlin fast ausschließlich Verbrecher in der Regierung haben. Danke. Vielen Dank.